ja und damit herzlich willkommen zurück zu sehr uncertain wir sind im labor und ich hab mich mal hier durch die selbstschlussanlagen gewiped wir sollen das sicherheitssystem deaktivieren ich habe aber auch keinen plan wie vielleicht kann man es jetzt usen vorher konnten wir es ja nicht hier bist du falsch warte mal das kann man immer noch nicht benutzen hier kann man reingucken aber nichts neues hier ist nichts mehr ja ich hab keinen plan diese rations are useless to me ja das sicherheitssystem ist jetzt hier dran ich weiß nicht ob wir jetzt was machen können deaktiviere das sicherheitssystem die turrets are not a threat to us anymore jetzt geht's starte das lüftungssystem neu war das nicht hier ne das war der schlafraum ne ach doch richtig bestimmt das nächste rätsel kein rätsel glück gehabt rt do not return to the hospital i repeat do not return to the hospital we are urgently evacuating several police aero cars are approaching us right now we managed to hijack a shuttle and fletcher used it to pick up humans from the city depot go there and warn them somehow the police found out about our plans i will contact you later the message was sent half an hour ago the police could have set a trap in the depot i must reboot the engines to get there as soon as possible aero 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 ee we entered Ja, geiles Spiel, es hat echt Fun gemacht und ich freue mich auf das, was da noch kommt. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, ob ihr für die nächsten Episoden da auch jeweils 15 Euro für rappen müsst. Vielleicht ein bisschen billiger, vielleicht ist auch alles in den 15 Euro mehr inklusive. Gut, ich denke mal, da das Spiel am 22.09. mit der Episode 1 rausgekommen ist, dass es bis zur nächsten Episode dann doch ein bisschen länger dauern wird. Das haben wir ja auch bei Ghost of a Tale gesehen, Let's Play bei mir auf dem Channel. Da ist ja auch erst die erste Episode rausgekommen und das ist schon ein halbes Jahr her und bis jetzt hat sich noch nichts getan. Tolles Spiel, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir da draußen auch gefallen. Ich lasse den Abspann jetzt noch ein bisschen laufen, weil das Video gerade erst mal 6 Minuten hat. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es schon vorbei ist, deswegen ziemlich blöd. Aber man sieht wieder, man muss nicht Unmengen an Geld ausgeben für ein gutes Spiel. Da bin ich froh, dass ich mir das ein oder andere Spiel jetzt doch nicht gekauft habe, so wie ich es ursprünglich vorgesehen hatte. So mancher AAA-Titel, der dann 60 Euro kostet und dir weitaus weniger gibt als dieses Spiel hier für 15 Euro. Ich möchte es nochmal betonen. Ja, ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du diese kleine klägliche Folge hier noch siehst. Und mach's gut. Tschüss und bye-bye und ciao, ciao. Tschüss und bye-bye. Tschüss und bye. Tschüss und bye. Tschüss und bye.